Die Stationen brauchen Feuer-Unterstützung. Hey! Gezwei, Ruhe! Alles gut. Tut euch doch keine Arbeit. Lieb sein. Alle Stationen, brauche Feuer-Unterstützung. Der Pultjäger in der Luft. ... Jawoll! Schöne 12.000er gedrückt. Sehr nice. Nein, ich verrate nicht meine Dinger. Ich gebe euch nur einen Tipp, jeder der mir zuguckt. Das garantiert mein Junior. Ich gebe euch nur einen Tipp, jeder der geil auf das Spiel ist, guckt euch die Erdbecher an. Der ist der beste Supporter, den ich kenne. Der sagt auch immer ein knackiges High Five. Ich bin erst am Anfang vor der ganzen Schose, wobei ich das Spiel ja schon seit 2000, bis er eigentlich angefangen habe. Wir zählen hier. Wenn er ohnehin keine drücken kann. Aaaaaah. Yes. Yes. Nice. Nice shot. Nice shot. Nice shot. Ganz ruhig bleiben. So, ich bin ja kein Inselhocker, wie ihr wisst. Haben wir schon mal zurückgeguckt. Nein, Quatsch, was soll der Blödsinn? Also ich habe zur Zeit hier auf der Bismarck den, äh, den Hilfleiterin als Kapitän. Den kann ich euch nur empfehlen bei der Bismarck. Und generell bei den deutschen Schiffen. Weil, ey, unglaublich der Kerl. Und der ist noch nicht mal komplett auf Rang 16 bei mir. Aber das macht mir so viel Spaß. Probiert ihn einfach mal aus. Ich würde sagen, das ist voll am Start. Und auch wie ich den geskillt habe, so, der haut richtig einen aus. Die Gruppierung, die ist geil. Selbst die Secondary bei der Bismarck. Ey, das geht richtig lang. So sieht's aus. So, da haben wir die HIPAA. Aber wir fahren jetzt, wir gehen voll natürlich in die Köln. Weil die HIPAA ist noch ein Lockangebot. So, das ist aber nur, ein Problem mit dem 1 zu drücken. Schau mal was ich versuchze, versuchze, na, 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 na. Na, 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 na. Ah, das ist halt ziemlich agil, aber jetzt ... So, sieht verlockend aus vor mir das B. Aber da gehe ich jetzt nicht rein, weil 100% an die D's in der Nähe sind. So, wir haben doch die 3 da auf A und C, ja. So, dann müssen wir reinbrechen, eigentlich. So, dann machen wir. Geht noch, ich glaube. Nein. So, hier, die wartet, die hat feige. Bei B ist gar keiner. So, jetzt werdet ihr aufs Leben, man kann nur mit dem Schlachtschiff. Oh, hier haben wir eine Biesma. Ich weiß nicht, wir können den Schaumhaut verlieben. Irgendwie ein bisschen. Ich sag jetzt mal, wir haben sich anbumsen können. Schau mal, was das... Och, guck mal, was da alles aufgeht, so. Geil, ja komm, zeig deine schöne, hässliche Beine. Wo weh war das, warum? Das wusste ich gerade. Die Hipper, die kommen wieder zurück, weil wir sowas verklagen. Das hat doch gut ausgesehen, das hat doch geknallt. Nice. Das gefällt mir. Mein Team ist absolut bis jetzt. Das ist ja nicht so. Ah, die Biesma treten ein und die kommen uns jetzt nicht. Aber wie ich gesagt habe, ich schwöre euch, Kinderwinter bei B ist niemand. Und nach wie vor, ich bin auch ein Verfechter. Äh, ich hasse diese Insel, Verstecker und vorwärts-rückwärts-Fahrer. Alles gut. Feuer, Alarm! Wenn euch das gefällt, würde ich sehen, lass mich mal. So, das war mir klar, was habe ich euch gesagt. Die Hipper ist weggefahren und hat das Lock-Angebot. Und die probiert mich jetzt unbedingt zu holen. Jetzt komm, 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 komm. Ja, was ist Hipper? Ja, ich habe dich schon mal geholt. Die probiert jetzt mit aller Macht, dass ich das nicht hier erobern kann. So, und jetzt hat er aber wieder Angst. Und der weiß, dass ich gut treffe. Yes! Yes! Eda, ich bin auf meinem Kanal online. Lass mich. Ist doch alles gut. So, wen haben wir denn hier? Hab ich mir doch gedacht. Da kommt doch eine Biesma. Komm, komm, weg. Feuertalarm! Oh, er steht fest. Kleines. Aha! So, ja, dann komm. Oh, jetzt natürlich dreht der ein. Das probiere ich jetzt auch mal. Jawoll! Komm schon! Helfen mir mal, ich hab' rausgeworden. Auf Unterstützung! Komm raus, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Komm, das ist mein Kerl. Yes! Und, tschüss. Nice! Schön gemacht. Nice. Naja. Christian, du bist die Hildegard. Hallo, Jungen, der ist gut, ne? Hab ich dir gesagt, Chris. Der Jungen, der ist richtig super. Ich bin richtig stolz auf den. Wenn der hier noch eine klatschen kann. Ja, Chris, da kannst du mal einen Profi zu buchen. So sieht's aus. Oh, die Hipper dreht ein. Guck mal, hier vorne ist es. Boah, hast du Angst? Ja, weg bist. Gut, es ist gar nicht der Lukas. Jetzt hören wir, der ist total der Knaller. Das ist wahrscheinlich der Korb. Oh, der Odin. Guck mal, ob man eben nur einen knallen könnte. Boah, ne Zitter wäre jetzt geil. Oh, der sieht gar nicht schlecht aus. Na, 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 na. Ach, schade, du wolltest eben schön. Guck mal, 79.000 schon. Die Hipper, die ist wichtig. Die steht eben schön. Yes. Jo, alles gut, Chris. Ich hab das. Alles gut. So, was ist mit der Hipper? Wir Kreuzer, warte mal. Boah, jetzt der Zitter. Komm schon. Jawoll. Nice. Nice. Und raus damit. Raus mit den Viechern. So, ich hab zwar nur noch 9.000, ich hab auch da ein Ding, das ist gehorcht, weil, äh, es ist ein Kamp, äh, was heißt Kampspiel, weiß ich. Wie gesagt, oh, hinter uns ein, oh, der probiert's von hinten, ein Analo, äh, Entschuldigung für den Ausruf. Genau, hier, guck mal da. Ganz genau. Nein, Quatsch, scheiße, Mann. Ja, den hole ich mir auch noch, wenn ich, wenn ich es schaffe, ich treme mal rein. Jawoll, nice. Nice. So, und jetzt haben wir nur noch hier den Spinner, hier, äh, oh, was heißt Spinner? Die Bismarck. So, ich hab nur noch viel, viel Tauben. Dann sind wir alles hier, der, der muss weg, der muss weg. Raus mit den Viechern. Wer beschießt mich denn hier? Bist du irre? Weil, wie kann die Bismarck im offenen Feld verschwinden, das kapier ich immer noch nicht bis heute. So ein Riesentrümmer. Und dann schicken wir denen immer schöne Grüße aus der Eifel. Nice, nice, komm schon. Oh, Bismarck hat Angst. Bismarck hat Angst. Aber das ist okay. Ah, jetzt ist er schon wieder weg. Darf doch nicht wahr sein. So, jetzt komme ich natürlich nicht mehr an, bis ich hinter den Berg. Aber, ihr seht's ja selber. Der Kocher ist gar nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir heute alles zusammen erleben. Sehr nice, sehr nice. Junior, wenn du da on bist, schreib mir mal, warte die Kommis, ey, ob du da bist. Die Besucher zahlen sie mir am Anfang, ich bin ja erst am Anfang geworden, mir ist das egal, ich gehe trotzdem live. Ja, und schon, genau. Schlüsselbereich C, bitte. Gießbereich erobern. Ja, bitte reinfahren. So, aber yes, yes, toti. Und tschüss. Und tschüss. Okay. Very nice. Ja, sehr schön, zweiter Platz bin ich mir zufrieden. Ja, läuft doch. Sieht doch gut aus. Äh, ist die Kurke noch GTA 5? Michaela? Michaela? Ja, ob die Kurke noch GTA 5 ist? Ich wollte fragen, ob der Karte noch auf euch ist. Hallo? Ist noch keiner für euch? Nein. Hm? Der zockt noch mit Salinas. Ja, sag, das war ja nur meine Frage. Und der Rollstock noch mehr? Ja, das finde ich ja auch okay, dann ist der Kumpel von Kai. Das ist ein, äh... Ich weiß. Das hab ich dir gesagt, das... Und er wohnt aus Haus. Ja. Peter, der zieh weiter. Ja, hier. Hör mich bitte auf anzumachen. Kommen wir dann nachher kochen? Der Tagfleisch muss... Ja, äh, ja. Der frägt mir, ich. Wie frägt mir? Was frägt mir? Was? Ich glaub, der hat unter den Ast. Äh, Elan hat... Hab ich dir... Wie lange erzähl ich... Nein, der hat irgendwas im Hals. Also, ich mein... Du hast ein Gesabberer, der hat garantiert einen Frosch im Hals, den ich rauskriegst. Äh, gib dir mal irgendwas... Äh, gib dir mal Nassfutter, weißt du... Habe ich schon den gegeben? Habe ich schon den gegeben. Er hat runtergeschockt. Ich hab gesagt, dass der Ast mal... Nein, weißt du, woran das liegt? Noch einmal, Hausstaub, ne? Allergie hat er und das atmet er ein, er liegt jedes Mal in diesem Teppichraum. So, und der Stüpp, den du nicht siehst, den atmet er durch seine Hundenase ein, richtig? Ah, das kapierst du nicht. Ich hab ja gesagt, den bringst du auch noch um. Ja, wie? So gehst du mit Leben um. Ja. Nee, nee, guck mal, was glaubst du denn, warum der Weiße da liegt? Hä? Nein! So, krieg ich auch bitte einen. So. So, ich bin on air. Ey, das läuft doch kurz. So, warte mal. Nee, die Agile... Nein! Oder doch, oder? Ja komm, da zeig ich euch mal, wie ein Papi mit so einem Franzosen umgeht. Was soll man das tun? Ja, hier, Christian. Ich bin der kleine Lukas. Der Arsch. Der heißt nicht Lukas. Mann, damit ärgert der immer den Jeremy. Der heißt ja Luca. So, nein, die dissen sich gegenseitig. Wie hat der heute so ein Christ gesagt? Hey, erstmal muss ich mich auf dein Niveau herablassen, Hildegard. Sag ich jetzt so ein Christ. Ja, verdammt. Ein richtiger Koch ist das. Ist das wohl. Das weißt du Gott. Gib mir mal bitte mal ein Feuer. So, ich hab da eine Millionen Klipper da in der Schublade. Das ist leer. Jetzt ist es leer. Oh Gott. Weißt du das? Die Flamme des Untergangs? Ja, die Flamme des Todes. Da wird die ja viel größer sein. So. So, Kamera ist auch so. So, nein, aufgehört jetzt. So im Hintergrund, was ihr da immer gar keinen hört. Das sind übrigens Blauschen-Avazonen, die mir grad ziemlich auf die Nerven gehen. So. Lass mich doch das aufbauen. So hat Adler Auge damals auch angefangen. Der hat sich immer live gemacht. So, nein, weißt du Stück für Stück. Ich muss mal aufpassen, wenn die mal on sind. Weißt du, ich will unbedingt mal mit dem zusammen. Und mittlerweile weiß ich auch, wie man sich zusammen einwählt. Weißt du, was ich mein? Ja. Dann rennst du wieder weg. Haben wir überhaupt eine, äh, äh, Frau? Ist mir jetzt wurscht, ob die da hören. Haben wir überhaupt eine groß genohe Pfanne für das Hackfleisch? Ach, du lieber Gott. So, da jetzt wird das hier... Ist jetzt hier Ruhe? Mein Gott, ey. Boah, Michaela, muss ich die denn hören, wenn ich selber on bin? Was soll denn das? Ja, nee, mach die Tür bitte bei. Was soll denn das? Ja, Pech. Ja, Pech. Weißt du? Das ist einfach so schnell, weil Selin wird mit Roy spielt. Was? Mit Roy spielt? Ach du Scheiße. Jetzt sind die zwei sich da am zerhacken, weil der Roy mit dem Selin spielt. Ja, und der Kai, der sagt... Und der Kai, der sitzt jetzt wieder auf seinem Stühlchen und muss warten, ja. Nö, der ist nicht so. Aber er sagt wieder an der Zeit, dass er einfach so schnell läuft. Jeder, ich hab dir was über ihn gesagt. Der ist dann schon ein komischer Kauz. Ich glaub, den hat alles da mit seinem Ding, aber dann ist... Hallo, hallo, hallo. Aber, aber, das Ding ist... Der ist... Unterbrech mich doch nicht. Ich schalte ihn aber auch für einen Jammerlappen. Du weißt, wie ich das meine. So, und jetzt... Bleibt mal der Ding. Haben wir überhaupt eine groß genug Pfanne da für Kilo? Sonst müssen wir einen Topf braten. Ne, ich hab eine Pfanne. Eine große? Ja. Sag mir nur Bescheid, wann du anfangen willst, wie ein Zwiebelchen und Knoblauch schneiden. Was? Ja, ist mir egal. Jetzt muss ich was machen. Ich hab die Idee. Sorry, Kinder. Im Winter. Papi Kochi ist wieder da. Der Eivillied. So. Schauen wir mal. Einer guck. Ja, ich würd sagen, bei C kümmert sich eigentlich über... Ah, da unten tut sich doch was. Dann fahren wir mal... Yes. Ich würd's... Ich würd's... Was sagen. Ich trau mich mal. Ich bin mal frech. Weil damit rechnen die, glaub ich nicht. Wenn ich hier einfach mal um diesen Kreis rum fahre. Ich bin ja ein kleines D-D-Shift. Aha. Seht ihr? Und schon geht's auf wie die Weihnachtslampen. So. Zum Beispiel mal der Support für meine Jungs. Richtig. Und wie ich mir gedacht hab. Da ist ein D-D. Ich mach mal die Nebelwand auf. Und tue ihn. Und... Ganz genau das. Du mein kleiner D-D-Freund. Ja. Das nennt man Beschuss. Ja. Ja. Kommt er schon. Ja. Und schon Ausfall. Und kein Torpedowerfer mehr. Da tut mir die Akatsuki ja leid. Wird sie jetzt schnell weg. Ja. 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 Und sie wird... Und sie wird behackt. Sie wird behackt. Jawohl. Und die Tops, die werden treffen. Yes. Yes. Nice. 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 Gute Arbeit. So. Ein D-D ist schon mal rausgenommen. Oh. Schön. Noch ein Kreuz herausgenommen. Sehr nice. Maschinenboost deaktiviert. Schön. So. Was machen wir denn jetzt? Ja. C ist vom Gegner herüber. So. Jetzt gehen wir natürlich zu Porten auf Yes. Genau. Ich sehe schon. Ja. Der soll rauskommen. Ein kleiner Voll. Ein Schwer. Bis zu einen. Ja. Ja. Dann komm. Ja, ich seh dich trotzdem, ne? Oh, schauen wir mal, ob man den Mischel schon wieder geben kann. Yes! Nice, nice, sehr schön. Sehr nice, so, was haben wir denn hier? Die Queen Elizabeth. So, jetzt hab ich natürlich Bock. Aber ich hab auch noch hier die Aoba und den haben wir noch. Oh, der Ishmael. Oh, die hängen alle bei Dingswohn, da geh ich gar nicht rein. Wenn's, was ich jetzt machen will, natürlich würde ich jetzt botten, aber ganz genau. So. Tschüss! Und einmal breit und schlafen. So, direkt abdrehen. Der weiß noch gar nicht, was ihm passiert. Ach, und da haben wir direkt einen Schlag, die... Oh, dann komm, dann rollen, komm. Komm. So, jetzt muss das nun mal... Da komm schon mit großem Bild. Oh, genau. Er fährt hier rückwärts. Das sieht doch gar nicht so gut aus. Ach, und da haben wir direkt einen Schlag, die... Jawohl. Nice. Na, treff ich einen. Komm schon, einer muss treffen. Jawohl! 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 Nice! Sehr nice! So, jetzt will ich die Ishmael, jetzt will ich ange... Ange... Hier bist du was ich meine. Oh, yes. Hi, Ishmael. Hallo, mein Scherz. Ja, ja. Du willst volle Salbe auf mich schießen, ne? Ne? Wie ist das? Ja, natürlich. Was ist das? Ja, natürlich. Was ist das? Ja, nein. Du bist zur Störung, meine Türme. Dein Ton kommt. Dein Ton kommt. Dein Ton kommt. Dein Ton kommt. Mein Freund. Problem gelöst. Du kannst bremsen, du kannst machen. Ja, ja. Schieß mal. Ja, nice. Dankeschön. Bitteschön. So, und einen davor. So. Jetzt muss ich mich beidrehen. Nee, wir benutzen. Wir sind ja nicht oben. Und... Oh, ich weiß gar nicht. So. To, ich schweil. Wie sieht's aus? Kommst du da weg? Ich glaube, du bist tot. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Aber sehr nice. Sehr nice. Schön und direkt weiter anwickeln. Jetzt mal anzünden. Sehr geil. Ah, das macht nix. So. Nö, das will ich jetzt sehen, wie der auch noch stirbt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist der Ishmael. Komm schon, jetzt holt ihn euch. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Oh, er versteckt sich immer. Hahaha. Kommt, jetzt holt man das D, und ach. Das Gefecht ist durch, würde ich sagen. Taktisch genug. unser Sieg ist in Sicht oh, Ishmael, weil es los oh, jetzt kriegt er Sänge ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern und dann geht er auch zu die Fische er hätte sollen lieber ein Taucher werden weil der wird nicht mehr lange da sein los, meine Kinder, los, holt ihn euch aber Kochik hat noch schon genau servierfertig gemacht die Sardine hier ihr braucht nur noch die Büchse zu eröffnen yes, komm schon, nur den nicht mehr yes, nice und wieder ein Gefecht sehr schön Teamergebnis, Jojo, mittlerer Wert wir sind nicht letzter, wir sind nicht erster aber wir sind auch nicht in der Mitte wir sind ein bisschen da drüber nice sehr schön aber wie ihr seht jetzt da oben in der Liste die Akatsuki bei uns im Team die hat mit nur einem Schiff aber taktisch klug geregelt und deswegen Platz 1 das ist dann auch, das sollte man sich überlegen immer wie man vorgeht genau schön wieder ein Sieg so meine Freunde, jetzt zeige ich mich mal die... ja komm ja komm, die Weimar Coat heißt das das heißt Coat und nicht Call of Duty Coat das ist alles Coat ha 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 yes, mein Junior ist da ja man ich hab gewusst dass du onkommst der Undercover Coat die yes Weimar hallo meine Freunde auf meinem neuen ja was heißt Lieblingsschiff aber Lieblingskreuzer ja, doch könnte man so schon sagen so, schauen wir mal uuuuuh was haben wir denn da Minimaptechnisch wen haben wir denn da die Moltolov uuuuuh die Minks Indianapolis B uuuuh die Rue ok aber wir haben ja keine Angst wir haben ja auch so ein kleines cooles Bildchen dann schauen wir mal was wir hier so weiß nö eins persönlich von mir gesagt eins der schönsten Schiffen im ganzen Game was haben wir denn da fahren wir mal mit den Jungs mal ein bisschen vor aaaaber ich könnte ja schon rum ich fahr mal mit den 2DDs hinten mit ich weiß schon was die vorhaben ich schließe mich mal halten so und jetzt könnt ihr auch mal sehen ein wichtiges Geld her was die auch auf der Kragen bringt aaaah das ist schon mal die richtige boah guckt euch mal an wie schnell diese Flugzeuge sind was ist das denn was soll das denn sein so natürlich wollen die mich oh aber jetzt gibt es hier Sankt und Flugzeugsmaul äh Entschuldigung genau so ooooh die Flieglies ooooh aber das jetzt da mit eurem ähm egal da schon schön 2 von 5 mitgenommen so genau und dann gehen wir ah das hab ich mir gedacht guck mal hier wie viele TDS wir hier haben probieren wir mal da weg probieren wir mal da weg da 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 ist kein Tanks da kommen wir schon dann das ist der Jeremy torpedofest da naja das schreibt mir immer der ist am Handy der guck mir zu und deswegen gehe ich immer unten alles für die Jungen alles für den Dackel alles für den Club ooooh da ist die Minsk genau genau wen haben wir denn da hier direkt ja du beschießt mich ne bist du das Wahnsinns du kleiner Fischkutter hier hä du weißt gar nicht was du da vor dir hast hä ein kleiner Rollen-Uferstecher ja zeig deine Breitseite machst du richtig hehehe hehehe nyap 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 hä du Schi-Rutzel da hä oh Ausfall kannst du dich nicht mal beschießen oh komm komm put 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 komm ich weiß genau was du machst ja komm war nicht los hä hast du Schiss ja komm Tränen ich weiß auf jeden Fall dass genau das nicht passieren wird guck mal da hä du bist Schiss und ich nimm nur einen mit und da drüber lache ich morgen ja ich hab den schon gesehen so und jetzt hier da haben wir noch einen DD auch ein da ist die Minsk oh da haben wir doch noch was guck mal hier was haben wir denn da hä wen haben wir denn da hä die Garde boah musst du abdrehen mein kleiner Schatz was was für ein bisschen chill ist komm komm da komm ich direkt mal vollgas hinter dir her mein Freund ich weiß nämlich ganz genau da seine ganze Mannschaft hinten auf einem Fleck wie der sitzt ja was ist denn damit verarschen jetzt komm den nimm ich direkt mit der Spitze egal mal wir schwimmen ja immer noch also ist das locker komm hier nice boah die DDs kreuze das ist absolute torpedo ah ah so oder machen wir das doch mal hier bin ich ja unbedingt ja oh und du mal schön beidrehen mach hier mal genau da hin aufgeklärt du bist jetzt auch aufgeklärt mein Freund genau das hier guck mal hier hä du hast doch gewusst dass ich aus einem Drecksrattenloch da rausjagen kann hä na du dat ich meine oh bist von die Mauer gefahren hä du Garde du hä und jetzt hm mal los mit dir hä kleiner Pipi Zerstörer Gummibootfahrer oh Ausfall und jetzt bist du tot ha 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 ja dein Schiffshintern gehört mir so genau nice schön gemacht gut klug gespielt und so und da ich weiß hundert dass da hinten bei der Base niemand mehr ist hier probiert mich jetzt irgendetwas die Moltonow garantiert gleich hier ich fange mal meinen Sony an Sony sprich so nah ja ja suche Gummiboot ah jetzt ist sie auf einmal direkt weg ah jetzt ist sie wieder da und die steht sogar oder die fährt rückwärts hä die kommt die kommt die kommt komm stell dich quer ja 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 jawoll schön um einen jetzt mal schön mit den Dämpse rein yes das sieht doch gut aus oh die ist echt so schnell okay das ganze nochmal schauen wir jetzt mal was sie machen schauen wir mal das sieht doch gar nicht so schlecht aus yes 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 oh traurig aber wahr mach nix die hat sowieso Angst so wie kann man denn da die ist auch ganz weit weg die hat auch Angst die Indianapolis so 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 die Molto noch hier Leute macht den mal kaputt da wollt ihr euch schnetzen lassen von denen ich nehme jetzt die Base ein ich glaube ich fahr mal trotzdem zu den Jungs weil der DD der ist jetzt auf der Base ist kann nicht die andere muss ein bisschen supporten so und damit er muss safe bei uns bleiben hier aber dann da die Molto noch die muss eigentlich raus ja alle Stationen brauche Feuer Unterstützung ich habe noch drei DDS das ist gut drei DDS das ist gut ja schau mal kann er direkt eine mal geben da die sind dann schnell ich unterschätze es aber yes nice doch ich habe getroffen Tatsache und eine Auswahl verursacht keine Ahnung wie aber es hat wohl funktioniert Nugge yes hohhhh taktisch klug was wir jetzt machen ich geh aber direkt mal auf HP next ich bin in Frank Position weil ich will direkt jawohl komm komm zeig dein Gesicht Schau mal was Oh, der ist zu schnell Wir machen jetzt ein bisschen weiter hoch Ein bisschen weiter hoch Oh, der blöds Ich weiß genau, was ist hier vor Oh, nice, trifft doch Oh, netz hinter Netz hinter Das müsste es doch eigentlich gewesen sein Yes, und tschüss So, dann nehmen wir uns doch direkt hier Ja, mein kleines Schweinchen Ja, dann komm mal her Schick ich direkt mal Liebesgrüß aus Russkau Oh, da will was von hinten Das Kanua Wenn haben wir denn da Die Indianapolis Bay Jetzt zeigt sie sich auf einmal Das feige Stück Okay, direkt mal mit AP drauf Beidrehen Yes, schön getroffen Schon mal angefügelt Und Alex, das ist jetzt, weil ich mich beidrehe Und das weiß sie, was ich für eine Feuerrate habe Also, du beschießt mich Ja, aber der ist nach der Schleuderkurs Kaufe dir Baby-Hip, please Ja, aber der ist wohlsten, ey Bau doch nicht ab, bleib doch hier Ich will dich schon so Und hat sie immer irgendwie versinken Komm schon Er hat echt Angst Er hat echt Angst Da und direkt wieder ein Ausfall Proben ziehen Ah, ich weiß, was er vorhat Ah, der will seine Base schätzen So, meine Freunde, die BNB Man muss gar nicht viel da Manchmal reicht ein bisschen Kopfhundgehirn Aber noch, noch, noch haben wir das Ja, das wusste ich nicht Der mein DD, der Unterfeuerbeschuss nimmt So, und jetzt werde ich in die Die, die sind rumkommen müssen Jawohl, da ist sie wieder Die Indie Die Indie Ah, Indie Busch Hör, bist du auf einmal weg, oder was? Ah, da ist sie doch Ja, angeblich Natürlich Aber Komm, wir machen das Yes Genau, und jetzt drehen wir uns nochmal bei Siebenkummerding Der schickt das, der schickt das Ich schickt das Oh, da schön spitz drauf zu fahren Weil wir wollen ja noch nicht sterben So, die dreht zwar die Geschütze Aber der gibt mich jetzt mal hoffentlich Schütze Naja, aber trotzdem, egal Ah Ah, jetzt bremst Jetzt aber da hin Nice Nice Eine Zitta Jawohl Und noch eine hinterher Yes Nice Jawohl Noch eine Zitta Und komm Jetzt müsste sie weg sein Was? So gar nicht Dann halt jetzt Was? Der lebt noch Das kann doch gar nicht sein Habt ihr das gesehen? Kinder im Winter Oh, was haben wir denn da für ein Cheater? Klar soweit Ah, das macht nix Das Ding haben wir eigentlich gewonnen Los, jetzt holt ihr den euch weg Co Soll wir gucken? Oh, ne, ne, ne guckt man ist langweilig Hö roh yo,よ, jo, jo Einmal schwindelig und reiß Ok, dann gehen wir mal raus So Dann nehmen wir jetzt Ja, was nehme ich denn da? Ja, nehmen wir mal was Oh, die Jörg, die Jörg, die wollte ich unbedingt meinem Junior nochmal zeigen Hier habe ich den Scheut einfach mal geholt, die ist eigentlich gar nicht verkehrt mit dem Küttern, das sieht der alles. So und so sieht dann meine Skillung aus bei dem Blütschens, der ist schon hier legendär, der hat Rang 16. Aber hier, das kann man dann auch noch, wir haben schon keine Platz, egal, ich gehe jetzt einfach mal mit der York ins Gefächt. So und so und so und so. zuerst die Karte so Kinder wie ihr seht wäre ja wohl taktisch klug dass wir dann so ein bisschen langsam dann hier so da hier so Sektorwarnung so wie ein Fall da aber ich will dann da fahr ich jetzt mal hin das ist glaube ich ein guter Ort genau die Schlacht beginnt so jung auch ein sehr schönes Schiff eigentlich ich hab auch schon viel Kritik aber also bis jetzt so sie ist auch nicht komplett noch ausgebaut ich hab mir eigentlich noch Probeweise eigentlich wollte ich sie nicht haben wegen diesen ganzen Ausnahmen aber ich finde die eigentlich gar nicht schlecht ich finde die gar nicht schlecht so was hat der denn hier vor so okay nice geil nicht berührt okay oh was haben wir denn da die hat doch eigentlich ne geile range oh die Normandie wen haben wir denn da noch die Kneisen die haben wir die California oh die Flit veronika lexi ah ja Eicher 67 okay oh hier haben wir eine Weimar ja den tun wir damit mal einen hinter die Insel drücken gucken ob unser Treffen ha 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 geil ich komm sogar hinter die Insel wie geil ist das denn schon mal ein bisschen näher vielleicht treffen wir sie jetzt jawoll nice Papa hasst diese Insel Köcheln definitiv Papa steht hier zwar auch aber oh King George er flippte guck mal da die hängen schon wieder alle ich hab's mir mir zwar einkassiert aber egal die hängen wieder alle hinter den Inseln boah die sollen doch einfach dann irgendwas spielen aber nicht diese Schuhe hier aber wenn wir die alle da searchen mussten alle Stationen vorher auf das Ziel dann rinke ich mich auf manchmal aber wir bleiben auch ganz ruhig tief entspannt so da ist die Flint auch hinter der Insel lecken mich noch an den Tisch ach da ist sie doch so warte mal da kann ich dir auch eine drücken ne sie fährt schon wieder rückwärts nein sie fährt schon wieder rückwärts so wie ich gesagt hab war mir klar da hinten ist das Ding so jetzt hab ich die Schnauze voll also auf dieses Insel gehopst da hab ich überhaupt keinen Bock dann probier ich mal an die Strategie den CV zu finden oh hier die Kalifornien die bietet sich an die bietet sich ja geradezu sowas von an King George auch mit dem Schlachtschiff das werde ich niemals betreiben so mein Freund muss jetzt brennen ah aber direkt 5.000 gewollt habt ihr das gesehen wo man jetzt nochmal komm schon geh rüber geh rüber geh rüber geh rüber du Gott nein nein geht nicht so aber hier die Kalifornien die will auch ein bisschen Feuer und Flamme ja das sieht gut aus nein nein geht nicht so aber hier die Kalifornien komm schon drüber yes das sieht gar nicht so schlecht aus und ein bisschen weiter vor und zwar die Brennung ne ja ja oh jetzt hab ich aber richtig einkastet so dann mach ich auf jeden Fall ach gingen die Torpedos noch raus ja ha aber zweimal Brand ha 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 also wang mal da weg mal rüber oh das hat ja direkt gelöscht ne der Sack oder nein er brennt nein es brennt yes es brennt yes 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 vielleicht bin ich dann der erste Torpedos läuft halt nicht immer so glatt aber das ist nicht schlimm so ich will das ja fragen los ich will unbedingt dieses Ding haben das ist nur ein Kratzer und so wie das aussieht so wie das aussieht nein mein Kiel ist geklaut ist egal so nächste Runde direkt wieder raus damit das nicht langweilig wird so was haben wir denn da nein 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 geht gar nicht ich will meine Bies machen ne komm ein bisschen poltern so ist hier keiner mehr da dann kann ich auch aufgeben so dann kann ich dir das nicht dann kann ich dir das nicht dann kann ich dir das nicht ich will das nicht es ist du